jo freunde was geht ab herzlich willkommen zu einem video auf meinem kanal ich zeige euch jetzt die neymar aufgaben wie ihr sie am besten macht und zwar gibt es bestimmte fußballfelder wie hier in plassenpark da landet ihr die aufgabe heißt sprich mit einem fußballcharakter da einfach landen pläsent holly oder bei der so einfach mit dem sprechen dann habt ihr schon die aufgabe fertig dann kriegt ihr auf jeden fall ein fußball im mode dann müsst ihr auf jeden fall zur nächsten aufgabe und zwar mit einem charakter reden und aufträge abschließen jetzt haben wir den auftrag angenommen du in dem fall suche ich gerade einen ball hier aber ich habe ja vergessen dass ich den im mode habe mit dem im mode müsst ihr einfach mal ein tor schießen so somit habt ihr die erste aufgabe auch fertig der auftrag so dann bleiben noch zwei übrig suche dann gehen wir noch mal beschließen wir noch mal ein tor um sicher zu gehen so noch mal zu dem mpc gehen noch mal ein auftrag annehmen lege distanz zu fuß zurück ihr müsst 300 meter einfach mit uns gehen laufen 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 das zeigt euch auch gleich oben links an wie viel meter ihr schon gelaufen seid nebenbei zwischendurch mal noch mal so ein tor schießen so und wir drehen unsere runden um das fußballfeld so wie sind lange habe ich wo 100 9 meter sind wir schon gelaufen da bleiben uns knapp 200 meter noch übrig einfach rennen rennen was das zeug so hält und gleich haben wir denke ich mal auch die aufgabe fertig ich werde paar videos machen zu den neymar aufgaben werde gleich noch paar videos hochladen schaut sie euch gerne an falls ich euch mit den videos auf jeden fall helfe lasst gerne ein abo und ein like da und gibt sehr gerne mein creator code hängt wie 049 im shop ein danke für den support die lieben so wie lange müssen wir noch laufen vielleicht haben wir die aufgabe denke ich mal fertig ja 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 drehen wir noch eine runde eine ehrenrunde so da haben wir die aufgabe auch fertig sehr sehr nice so zwei aufgaben haben wir auf jeden fall fertig so keine aufgabe mehr übrig wir müssen ja drei aufträge machen das zeige ich euch jetzt auch noch mal noch mal ein schuss hier machen ein bisschen trainieren so ups falsch so gehen wir noch mal hier hin okay eine aufgabe fertig das ist die nächste schließe aufträge für charaktere ab 2 haben wir jetzt schon bei pleasant gemacht jeder bot hat immer zwei aufträge bei pleasant gibt es zwei aufträge bei holly gibt es zwei aufträge und bei dirty gibt es zwei aufträge die werde ich euch beim nächsten video zeigen die lieben bis zum nächsten video ich sag mal tschüss